so kann weitergehen weitergehen nichts geschehen blicke nach vorn niemals stehen so genau weiter es ist echt übel wenn man die so hört wenn die hinter einem stehen und dann geht es richtig so gut wir müssen mal gucken ja genau ich wollte erst gucken ob da ein wasserteufel ist und wollte dann durchs wasser aber macht ja auch keinen sinn deine gesundheit ist voll man ist alles voller viecher mach mal auf ich warte ach so dass der man den kann ich auch besser das war's okay super hast du fein gemacht fein wir haben schon drei wie haben wir das gemacht eine ahnung das muss aber ein bug sein oder nur gerade alles gelöst oder vielleicht war das das erste zu wollen wenn ja happy hour eins lösen drei bekommen ist munition rechts hier hinter mir auch ich glaube du brauchst das nötige ist auch gesundheit gesundheit ist voll deine munition ist bereits voll sagt er mir und dann nehme ich es mir rechts ist auch gesundheit voll zu brauchst wollen wir die spinne töten ja können wir machen ist doch bestimmt hier oben drin nein scheiße wo bist du drin ach du bist schon drin ok hast du geschossen ja ich war das ich sehe nichts die hat vergiftet die blöde kuh ja mich jetzt auch dass man einfach nichts sieht wo ist sie denn ist sie bei dir ne auf jeden fall überall munition noch genau habe ich auch gesehen aber ich muss erst mal spritze setzen und mein gewehr nach lan jetzt bei mir weiter mich voll umgelaufen es stellt auch hier kann sich gar nicht wehren bei dem misst ich lade jetzt noch mal nach ja und ich muss mir eine spritze setzen ich auch da ist sie wieder bei dir jetzt ist sie nach oben raus gelaufen und jetzt ist sie da weiter die hat mich eben angeguckt mit ihren augen das sieht ja widerlich aus und als sie sind gegner drin ja verpiste ich sie sind gegen hatte ich hatte keine munition alter scheiße die kammer damit habe ich auch gar nicht gerechnet übel hat sie dich auch erwischt übel